Ist egal. Guck mal, die habe ich schon gesagt. Da würde ich noch so ein E36 hier vor sein. So, film mal wieder. Oh, das ist ein... Das ist aber ein Tunz. Na, das ist ein 2.8er wahrscheinlich. Genau, film mal nach da jetzt auch, also auf die Strecke. Einfach so ein bisschen hin und her. Das passt, jawoll. Sodass ihr die anderen so ein Sichtfeld einfach hast. So, jetzt überhole ich den Parkweg gleich. Ich glaube, so ein bisschen nasser als jetzt. So, jetzt irgendwie. Ich muss den Parkweg drüber passen. Dieses Lafje. Hast du ihn auch so nuschelt? Mhm. Hier ist der Platz. Alles schön. Mhm. Untertitelung des ZDF, 2020 Kleiner Motorrad Da traut sich ja noch was Der schießt schnell mit der Kurve Ich war nicht einer, als er in der Kurve Eine Runde, Freddy? Noch weiter oder eine Runde? Ach, das müsste so reichen